Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von One Piece Unlimited World Deluxe Edition. Auf der Switch. Spiel starten. Im letzten Part waren wir auf Punk Hazard und haben... Wie hieß der jetzt nochmal? Shishishishii! Bekämpft. Ja, ich weiß den Namen gerade nicht mehr, es tut mir leid. Ich hab ihn schon wieder vergessen, so unwichtig war der. Gegen so einen Schleimmonster haben wir gekämpft. Und ja, das war schon, ne? Wow, 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 wow. Das war schon gigantisch. Die scheinen noch nicht hier zu sein. Ach, okay. Okay, okay. Dann können wir also nächstes Mal direkt den Part dann beenden, wenn das Speichern steht. Weil das hatten wir ja jetzt hier alle schon gemacht. Da werden... Achso, jetzt muss ich hier nochmal alles eröffnen. Okay, kein Problem, kein Problem. Dann reden wir gleich nochmal kurz das Outfit für Ruffy oder wir lassen es erstmal so. Aber Zorro können wir für den Fanservice. Ne, für den Fanservice machen wir das doch gerne. Gerne. So gerne. Und das hatten wir auch schon. Hier, überspringen. Ich weiß nicht, wie ich überspringe, aber... Ja, ich würde ganz gern überspringen. Ach, plus. Und ich steuere Kreuz. Okay, okay, okay. Danke. Ja, 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 ja. Autsch. Ja, ja. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Überspringen. Überspringen. Stopp. Genau da. Okay, hier kann ich nicht. Ja, ja. Das habe ich mir gerade selber beigebracht. Kleines Ding. So, Insektennetz, Angel und Heilkapsel, bitteschön. So, dann Kleidung. Bei Ruffy nehmen wir hier Lucy mit dem coolen Helm. Zorro für den Fanservice. Nennen wir dich. Oh, ne. Das war der falsche. Sondern dich. Und B. Supi, das war's. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal die Taverne besuchen, die wir gestern bzw. gerade eben gebaut haben. Und ich glaube... Du hast eine Quest, oder? Na, vielleicht nicht. Taverne. Kann ich auf die Karte gucken, wo die ist? Die ist da. Okay, die ist hier. Ach, da vorne ist sie ja schon. Cool. Was hast du denn hier zu sagen? Wie ich höre, löst die Typen Probleme. Zumindest sagt Jodoya das. Tavernen, Paratrouillen haben eine Menge Probleme. Warum helft ihr ihnen nicht? Ihr müsst es ja nicht umsonst machen. Okay. A betreten. Hallo und willkommen. Oh, ich habe dir das nicht erzählt. Ich betreibe auch die Taverne. Darum habe ich sie ganz in der Leer gebaut. Das ist nicht ihr Ernst. Aber ich habe hier keine Vorteile. Nur weil ich zwei Läden betreibe. Ich hoffe, du machst alle deine Geschäfte mit mir. Besuch die Taverne, um Quest von Stadtbewohnern zu erhalten. Okay, cool. Gut, zeig mal her. Was kann ich denn kaufen? Hier. Heikapsel und Reiniger. Okay. Questliste. Level ist blue. Hol dir das Sturmrate. Flammenlegende. Besiege den Gegner Dragon. Dragon. Okay. Ich meine, die können wir ruhig annehmen, ne? Äh. Achso. Ah. Ah, man geht dann sofort. Da kann man sich gar nicht mehr weiter umschauen. Okay. Okay, okay. Ich habe es ja schon. Ist auch interessant. B. So. Und dann wollen wir mal, ne? Ich muss mir natürlich mal eben hier nochmal den, äh, den Schwerterstil hier anschauen. Wir machen das und dann machen wir... Okay. Bei A ist irgendwas... Wer bist du denn? Achso. Wer bist du denn? Okay, okay, okay. Ich probiere mein Glück einfach. Und er macht keine Ahnung was. Ah. B. Ja. Okay. Ich habe was Neues herausgefunden. So, Dragon. Komm her. Kleiner. Überspringen. Das haben wir ja. Das haben wir ja mittlerweile. Oh Gott. Ausweisen. Parieren. Super. Im Flug. Okay. Ist das nicht Y? Doch, ist es. Okay. Zurück. Zurück. Und peng, peng. Achso. Ah. Ah. Ich muss das nach der... Ich kann das nach der Reihenfolge machen. Okay. Und zack, zack, zack. Okay. Ach, Mann. Okay. Ich muss, glaube ich, besser darauf achten, tatsächlich. Und Schutz. Ich habe mich geschützt. Dann eins, zwei... Hallo. Habe ich das nicht gemacht? Was ist denn Y? Y ist denn das? Oder bin ich jetzt komplett blöd? Ah, Schutz. Egal. Ich mache einfach... Ich mache einfach hier. Yolo, Yolo. Ah, Schutz. Äh. Äh. Ich möchte mal gucken. Oh. Was will denn jetzt? Okay. Okay. Ah, Schutz. Okay. Oh, scheiße. Er ist doch gar nicht da. Kacke. Miss, 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 miss. Ich habe geschützt. Perfekt. Oh, ah, Schutz. Boah. Alter. Das ging ja lang hier, ey. Oh, 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 oh. Ich muss hier weg. Ich muss hier mal eben weg. Äh. Nee. So. Ah. Wir sind alle tot, oder was? Nee, für... Nee, er lebt noch. Okay, okay. So, dann machen wir das so. Gut. Und... Müssen wir gleich Schutz machen. Ausweichen. Perfekt. Und... Peng, peng, peng. Oh. Ausweichen. Ausweichen. Ich sehe nichts mehr. Egal. Wir schaffen das. Ausweichen. Ich glaube, das Ausweichen war etwas zu früh, aber ich weiß noch nicht. Äh, wohin fliegt der denn jetzt hier? Und peng. Oh, oh Gott, ich bin nicht ausgewichen. Es tut mir leid. Oh. Oh, ausweichen, ausweichen. Pium. Äh, ich glaube, ich glaube, dass... Das war nicht ganz so gut ausgewichen, aber ist in Ordnung. Und... Oh Gott, endlich. Oh Gott, endlich. Ich will hier ganz gerne raus, eigentlich. So. Gut. Was hätten wir? Boah, aber... Ich glaube, ich glaube, er ist etwas schwerer geworden, oder? Also, zum Besiegen. Zum Besiegen. Oh Gott, ausweichen. Äh, vielleicht haben wir ihn jetzt auch mal langsam hier. Das wäre gut. Ich komme hier nicht weg. Oh Gott, ausweichen. So. Oh Gott, ausweichen. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Mist. Das ist ein X halten. Achso, das ist das. Okay. So, ausweichen. Ausweichen, ausweichen. Ausweichen, ausweichen. Äh, so. Okay, okay. Ich habe es so langsam vielleicht raus. Bin mir noch nicht so sicher. Und... Oh. Oh Gott. Ah, ah, ah. Ich wollte A drücken. Es war aber zu spät. Ausweichen. Ausweichen. Scheiße. Ist gar nicht gut. Ausweichen. Puh. Ausweichen, ausweichen. Ausweichen. Puh, 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 puh. Okay, er fliegt, er fliegt. Ich kann zweimal Dingsi machen. Und... Bam. Und... Bam. Okay, es macht weniger Schaden als gedacht. Aber ich finde, er ist auf jeden Fall stärker. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg, glaube ich. So. So. Puh, 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 puh. So. Oh Gott, ausweichen. Haben wir geschafft. Ausweichen, ausweichen. Ausweichen, ausweichen. Oh Gott, ey. Das ist ja anstrengend hier. Okay. Also die Quest, die geht auf jeden Fall sehr, sehr lange. Oh Gott, das ist ja anstrengend hier, ne? Äh, hallo? Also das ging ja viel, viel, viel zu schnell hier. Da konnte ich ja überhaupt nicht mal reagieren. Okay, ausweichen. Habe ich. Ausweichen. Habe ich. Und... Ich meine, ich wäre ausgewissen. Ist aber in Ordnung. Äh. Er hat... Oh Gott, wir haben ihn leist. Föhnke hat... Föhnke hat zum Glück noch genug Leben. Ah, ausweichen. So. Ausweichen, ausweichen. Super. Ausweichen, ausweichen. Oh Gott. Es ist, es ist echt stressiger als gedacht. Ich würde gerne ausweichen. Perfekt. Ich bin ausgewissen. So. Schnell, schnell weg. Schnell weg, schnell weg. Und wir warten mal eben aufs Ausweichen. So. Und danach machen wir das hier nämlich. Und danach können wir... Oh, ausweichen. Zwei und... Oh. Okay, er geht wieder hoch. Also ich muss irgendwie kriegen... ...dass ich das, das und dann das mache. Okay. Okay, vielleicht mit etwas mehr Ruhe. Oh, ausweichen. Das, das und dann... Bang. Perfekt. Perfekt. Und... Bang. Und nochmal bang. So. Ah, da bin ich ausgewissen. Perfekt. Da fliegt er nochmal hoch. Ja, okay. Gehen wir jetzt hier nochmal hin. Ausweichen. Ausweichen. Oh mein Gott, ist das... Das ist ja hier echt... Tastatur gespammelt. Also nicht Tastatur, sondern Controller gespammelt. Dann nochmal wieder zurück. Wieder... Oh Gott. Oh Gott, ich komme hier nicht weg. So. Perfekt. Super. Ausweichen, ausweichen. Scheiße. Okay. Dann bist du jetzt dran. Äh. Wie gehst du? Oh Gott. Also, damit... Blockst du? Okay. Oh Gott. Ich habe... Ich habe ein Affekt. Oh nein. Ich will jetzt hier nicht... Ich will jetzt hier nicht verlieren, ne? Echt nicht. Okay. Äh. Im Flug Y. Was macht das? Ah, okay. Peng. Habe ich getroffen? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Oh oh. Hallo. Ich habe doch wohl geschützt, oder nicht? Hä? Oh nein. Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh mein Gott, ey. Das ist er hier. Das wird echt noch knapp hier. Ich sage es euch. Schutz. Oh Gott. Falscher rum. Egal. 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 Komm. Mach ihn weg. Oh Gott. Wir haben es. Oh mein Gott. Meine Hände sind nass geschwitzt, ey. Oh mein Gott. Alter Schwede. Das war echt schon fast schon wie Monster Hunter, ey. Oh. Gott. Ja. Das habe ich mir echt. Wow. Alter Schwede. Okay. Die Quests haben sich. Also die Quests haben glaube ich in sich. Haben es in sich. Oh mein Gott. Rubelkarte. Was ist das denn jetzt hier? Okay. Preis. Wir machen mal einfach eine Rubelkarte. Komm Zorro. Wie? Wie? Hallo. Ich würde gerne rubbeln. Nee. Nein. Wie rubbel ich die denn? Hallo? Hallo? Ich weiß noch nicht, wie ich die rubbel. Misse Karte aufgeben und es mit einer neuen. Nein. Rubbel, rubbel, rubbel. Hallo? Äh. Ich bin gerade etwas. Ich verstehe es nicht. Rubbelkarte. B. Jetzt kann er... Ja. Und eine neue. Preis. Ja. Die. Und wie kann ich rubbeln? Ich meine... Eisenklumpen. Verstehe ich noch nicht. Verstehe ich leider noch nicht. Okay. Gut. Gut. Das war das auf jeden Fall. Da machen wir jetzt noch ein bisschen Story. Obwohl das schon sehr, sehr viel Zeit gekostet hat. Ja. Äh. Wie komme ich denn zur Story? Da hinten zum Ausgang, oder? Ja, ich glaube schon. So, da hinten hin. Übrigens. Du, 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 du. Übrigens. Abenteuer und Gefahr gehen Hand in Hand. Darauf müsst ihr vorbereitet sein. Nutze eigene Wörter um die Fähigkeiten deiner Charaktere. Okay, okay, okay. Eigenes Wort rüsten. Ja, der Sieg ist unser. Super. Haben wir das jetzt? Äh. Genau. So. Und bei dir können wir nichts machen. Oh, doch. Hm. Nehmen wir dich. Und für dich nehmen wir das da. Super. Ja, mehr haben wir nicht. Okay. Okay, dann wollen wir mal los. Dann wollen wir mal wieder ein Gebiet zur Erkundung aus. Fragezeichen. Ja, ich werde natürlich hier die hier nehmen, ne? Also mit Frankie bin ich nicht so warm geworden, weil... Der hat echt blöde Sachen, glaube ich. Ich bin nicht so der Fan-Kämpfer. Revant im heißen Sand. Das könnte man eigentlich auch als... Äh. Something nehmen. Dann weiß man direkt, um was es geht. Okay, heißer Sand. Ich spüre heiße Luft. Oh. Ui, Stroh. Lange ist es her. Krokodil. Was machst du denn hier? Na, was glaubst du denn? Ich glaube, du steckst hinter dem Verschwinden unserer Freunde. Einfach wird geraten. Und was willst du dagegen unternehmen? Du musst mir zum Palast folgen, wenn du die Wahrheit herausfinden willst. Okay, wo ist denn der Palast, Herr Krokodil-Schirn? Ist das da hinten, der Palast? Das ist eher... Eher eine Pyramide, oder nicht? Aua. Die haben mir damals irgendwie Trinken, glaube ich, gegeben oder sowas. Oder war es auch SP? Kann ich da nicht einfach so hier drüber laufen? Wir probieren es aus. Ne, kann ich nicht. Okay. Ähm. Da laufe ich ja dann im Kreis. Ne, das bringt ja schon mal nichts. Okay. Oh, Alabastia-Soldaten. Oder so. Ne, ich will den Anführer nicht wechseln. So. Hallo, hallo, Schädi. Oh, Ausweichen. Ich muss auch mal Ausweichen drücken. Tatsächlich. Konter. So. Peng, 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 peng. Okay, der ist leider schon weg gewesen. Dich hole ich mir mal her. Und. Bam. Und. Oh. So. Du bist auch weg. Sehr gut. Du hast nichts gedroppt. Schade. Okay. Du lebst noch? Okay, dann weg mit dir. So. Super gemacht, Leute. Super gemacht. Was hat er denn? Ich wollte schon sagen. Er hat Probleme. Er hat Probleme. Ey, ist mich aber richtig verwirrt. Von wo bin ich gekommen? Von da, oder? Karte? Ja, okay. Wir sind noch ganz, ganz weit weg. Pyramide war links, ne? Ja, da hinten. Hier können wir, glaube ich, angeln. Äh, warte, ich mach das mal von hier. Äh. So. Ach, da war nichts drin. Mann. Mann, ey. So, Holzblock. Hier ist auch noch was. Das ist eine Kokosnuss. Und hier können wir angeln. Wollen wir es mal probieren. Äh. Äh. Ne, irgendwie klappt das nicht. Okay, dann nicht. Dann nicht. Muss ich dann da rüber? Ich hab keine Ahnung. Warte mal eben. So. Ich muss nochmal gucken. Wir sind... Warte. Wir müssten hier irgendwie nach links kommen, oder? Äh. Äh. Okay. Also, irgendwie müssen wir nach links kommen. Das ist schon mal klar. Aber hier hoch kommen wir nicht. Oh Gott, da sind schon wieder welche. Hä? Frankie, was hast du da für eine Attacke? Die hab ich vorher nicht gesehen. Kämpft ihr immer noch? Ja. Ja, ja, ja. Okay, hier. Oh, sieh, Robben. Oh, süß. Oh, ihr seid ja niedlich. Ich will euch gar nicht bekämpfen. Mann. Es tut mir echt leid. Es tut mir wirklich leid. Aber ich will euch eigentlich nicht bekämpfen. Robbe. Du süße Robbe. Na ja. Ne, ich will kein R drücken. Brauch ich nicht. Ich bin da voll. Oder siehst du, ist anders. Ja, hier sind auch nochmal ein paar Robben. So. Oh Gott, Konter. Okay. Oh Gott, die machen aber gut Schaden. Ah, das nehme ich mir auch noch mit. So, weg mit euch. So, krieg ich sie noch. Ja, sie krieg ich noch. Super. Und weg mit ihr. Sehr gut. Oh Gott, ihr lebt noch. Ah, ne. Jetzt aber. So, gehen wir mal hier rüber. Da kann man angeln. Da bin ich jetzt schon sehr, sehr gespannt. Ah, auswerfen. Okay. Oh, angebissen. Achso. Jat. Jat. Y. 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 Super. Ich hab was gefangen. Ein Ballonkatzenfisch. Süß. Süß, süß, süß. Ja, nochmal. Bitte. Zeit plus ein Prozent. Okay. Warte, bis einer eingebissen hat. Äh, es ist etwas stressig. Okay, ist entkommen. Weil ich hatte kaum Zeit. Okay, okay. Dankeschön. War interessant zu wissen. Hier haben wir ein Brunnen. SP-Film. Achso, ich dachte, Angriff vielleicht. Äh, das andere. Oh, da ist es ja schon. So, dich hol ich mir. Okay. Da ist echt nichts drin. Fass ich nicht. Das ist mir ein Rätsel. Aber in dir ist was drin, glaube ich. Ne? Ne, in dir ist auch nichts drin. Okay. Dann nichts. So, dann gehen wir mal hier lang. Kung Fu Point. Hi, hi, hi. Hey, grüner Stern, Teufel. Vielleicht brauchen sie unsere Hilfe ja doch nicht. Zauro, Rafi, Funky. Seht nicht einfach nur herum. Helft uns. Okay, dann helfen wir euch. Okay. Oh Gott, das wollte ich gar nicht machen. Okay, egal. Egal. Äh, mit R konnte ich, glaube ich, gucken, was wir jetzt hier haben. Ne. Oh, ich habe... Ach Gott, jetzt habe ich übrigens da. Nein. Oh Gott. Ich wollte eigentlich ausweichen. Ich habe halt nicht hundertprozentig so gut geklappt, wie ich es wollte. Also, Lyshop und Dings, die sind nicht hier. Oder die sind nicht in meinem Team. Das kann auch so sein. Die faulen Säcke hier, ey. So, ist er endlich weg? Immer noch nicht. Jetzt aber. Jetzt aber. Nuki, nuki, nuki. Ja, ja, ja. Äh, so. Gut. Kaktusfruchtfleisch. Endlich haben wir mal was aus einem Kaktus bekommen. So, perfekt. Und weg mit euch. Komm, komm, komm. Reicht jetzt auch hier, ja? Ja. Super, das samm ich ein. Und ihr habt es auch geschafft, ne? Perfekt. Äh. Ups. Wollte nicht shi, shi, shi machen. Ach ne, ich habe die Kapsel, glaube ich, benutzt, ne? Oder keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Irgendwie kann ich die ganze Zeit eher machen. Äh, so. Hier haben wir ein Haus. Und eine kleine Stadt. Wir gehen mal gucken. Ob hier irgendwas ist, aber ich glaube. Oh. Mussten wir hin? Ah, ah. Was ist mit dieser Insel los? Genau wie Alabaster. Wasser. Überlass es mir, wenn du Wasser haben möchtest. Tada. Ein Bohrer. Wow, das war cool. Aber wenn du jemanden brauchst, der ein Loch greift, bist du hier richtig. Porn. Oh Gott. Ich habe Porn gelesen. Porn Point. Das ist der Shopper, der Hirschkäfer. Ich bin kein Hirschkäfer. Wow, super. Wow. Ähm, gar nicht übel, Nuki Nuki. Ich hoffe, ich war euch eine Hilfe. Super gemacht. Jetzt haben wir Wasser. Perfekt. Das musst du nicht leid tun. Mit so trockenen Sand. Grüner Stern, Bambus, Javelin. Shopper, grab ein Loch für mich. Alles klar. Die Bambussprossen würden vielleicht etwas zu früh geerntet, aber... Oh, guck mal. Die sehen genauso aus wie ein Animal Crossing. Macht doch nichts. Trink raus. Toll gemacht, Blödsorbon Shopper. Ihr habt mich beflügelt, härter für meinen Boss zu arbeiten. Dein Boss? Ach, gar nichts. Ich will wieder selbst gesprechen. Nuki Nuki. Oh, eine Schatztruhe. Eine Schatzkiste, die ist erschienen. Schüsse wird gefunden. Ich kann auch gut graben. Okay. Cool. Dann gehen wir auf jeden Fall mal weiter. Wir nehmen das hier mit. Okay, nehmen wir es nicht mit, weil da war nichts. Lenden ist nochmal im Brunnen. Ich meine, wofür brauchen wir den Brunnen eigentlich? Ich weiß es nicht. Ausweichen. Wir sind nicht ganz so gut ausgewiesen, aber ein bisschen. Kontern und ausweichen. So. Oh Gott, ausweichen. Ich muss aufpassen hier. Ist er tot? Ne. So. Komm, komm her, alter. Super. Oh, das krieg ich auch noch hier. Oh, rostiger Schrott erhalten. Ich kann stärker werden. Ja, so schön. Ich auch. So. Gut, sind die letzten. Da sind die letzten. Komm. Junge. Ah, du bist down. Du auch. Super. Ach so, da ist immer noch einer. Okay. Nice. Nice gemacht, Leute. Bam. Perfekt. So, dann gehen wir mal weiter. Schi, 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 schi. Der Spaß beginnt. Was ist das? Eine Blume. Aua. Da war nichts drin. Okay. So, Schlüsselwort haben wir. Wie, was? Ich dachte, ich hätte ein Schlüsselwort gefunden. Okay. Okay, okay. Müssen wir nochmal los hier. Und suchen. So, hier spawnen jetzt wahrscheinlich wieder Gegner. Ne. Ich bin so nicht. Wir waren noch nicht... Ach, da ist es, glaube ich. Oder? Warte, wir machen... Warte, wie ging das denn? So ging das. Guck mal eben hier rein. Sp füllen. Die Schatzruhe haben wir da noch nicht. Oder haben wir die schon? Ne, haben wir noch nicht. Überprüfen. Wir hätten... Okay. Kaktusfrucht, Saft. Hallo, ich würde gerne den Baum kaputt machen. Danke. Geht da der Sand runter? Ja, geht da. Sehr interessant. So, hier waren wir noch nicht. Gehen wir hier mal kurz gucken. Aha. Hier sind ein paar Robben. Perfekt, perfekt hier, ihr Robben. Ihr seid doch keine Gegner für mich. Aber es ist echt schade, dass ich euch hier besiegen muss. Weil ich finde das nicht ganz so cool. Ne? Also, Robben zu vernichten ist nicht so toll. Ah, überprüfen. Schlüsselwort. Super. Wir haben die Schlüsselwortstärke. Äh, damit. Haben wir nichts bekommen? Okay. Da fliegt ein Schmetterling. Den fange ich mir doch einfach. Äh. Wie? Oh, scheiße. Ich... Ich habe nicht gelesen, wie man anvisiert. Aber... Bringe die Energie auf Null. Okay. Irgendwas mit Pfeiltasten. Ah. Ah, oh Gott. Das ist ja... Das ist richtig an... Alter. Wie? Oh Gott. Wie, habe ich jetzt Schaden bekommen? Ne, ich habe ihn gefangen. Okay. Okay. Ne, ne. Ne, ne. Weg. Weg mit dem Schrott. Oh Gott, ey. Das war jetzt mehr Glück als Verstand, Leute. Wirklich. So, wir gucken mal eben, was das hier ist. Das interessiert mich. Was bist du? Du bist... Ich nutze Tampolina, um mit deiner gesamten Beute sofort zurück zur Stadt zu springen. Oh. Ne, ne. Ne, ne. Das will ich jetzt nicht. Oh, guck mal. Da hinten haben wir noch einen Stein. Eindruck mir hier noch herumgedaddelt. Was steht denn da drauf? Auf deinem Abenteuer kannst du auf Hindernisse treffen, die dich von bestimmten Gegnern fernhalten. Suche das richtige starke Wort, um das Hindernis zu überwinden. Überwinden und zu erhalten, was daran liegt. Okay. Ah, okay. Ich hab nicht die richtige. Dafür bräuchte ich hier meine Schatzi, ne? Wobbini. Wobbin. Wo ist meine Wobbin? Ich bewill dich in mein Team. Und ich hoffe, du hast auch so coole Moves wie damals drauf. Fand ich cool. Wie du die Leute in den Boden gesteckt hast. So. Weg mit dir. Ah, da hinten ist der Palast. Ah. Ah. Au, 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 au. Warum muss dieser Sand so heiß sein? Weil es heißer Sand ist, wenn bloß ich es wäre. Wir müssten aber alle auf die andere Seite bringen. Die Zeit scheint reif zu sein. Soldier Dock System Channel 5. Langstrecken Leitsysteme an. Brachio Tank Unit 5 Start. Okay, will er uns da rüber schießen oder was? Tatsächlich. Oh Gott, er will uns da rüber schießen. Wow. Jetzt bin ich dran. Ich bin Commander Shopper. Vorwärts March. Marsch. Matsch. Vorwärts. Vorwärts Matsch. Okay, können wir jetzt dieses Ding hier spielen? Das fände ich cool. Wäre was Neues. Ach ne, wir sind einfach nur schon hier. Okay. Machen wir das mal kaputt. Da, ich weiß nicht, ob wir was davon brauchen. Hinten ist ein Käfer. Oh, ich hab keinen Bock auf die Käfer, ne? Aber eigentlich, komm. Komm, komm, komm. Wir schnappen uns den. Äh. Ich muss gerade nochmal gucken, wie ich das da ausrüste. So. Komm her. Und fang. Bring die Energie auf Null. Äh. Äh. A, X, B, Y, B, A, X, unter, da, 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 gefangen. Puh. Oh, noch ein Spiel. Alte. Ich kriege ein Alte. Wir haben einen. Eine Maul. Eine Sturmrate. Okay. Cool. Weg damit. Dann machen wir jetzt erstmal, dass sie kaputt. Fässer immer kaputt machen. Kaktusfleisch. Und weg mit euch. Und weg mit dir. Super. Gehen wir doch eben auf die andere Seite gucken. Bevor wir in den Palast gehen. Sind die Treppen auch Treppen? Wir gucken mal eben uns die an. Äh. Weiß ich nicht. Ich glaube, das Spiel, das wollte uns nicht lassen. So, hier wollen wir uns mal eben hier ein bisschen leben. Ja, dankeschön. Und weg mit dir. Normales Meer. Gehen wir mal hier rauf. Ah. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Treppen sind. Ob das nicht nur eine optische Täuschung. Weiß nicht. Mhm. Oh, guck mal. Hier ist die Stadt also. Wow. Wow, 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 wow. Super. Konter. Ich hab gekontert. So. Und was haben die davon? Natürlich gar nichts. Perfekt. Und. Ne, warte. Wie genau? So, ne? Dam, dam. Das ist auch lustig. Ich find das lustig. Ah, Konter. Die haben wir. Alten, sie sammeln ich gerne auf. Obwohl ich mittlerweile echt viele Schilder hab. So, bis mal weg. Komm. Super. Mega cool. So. Komm. Das war's mit dir auch. Perfekt. Okay, hier haben wir wohl ein Hindernis. Kann ich die kaputt machen? Ne, aber die Kisten. Die kann ich doch wohl kaputt machen, oder? Auch nicht. Okay. Schinden. Schneiden. Ja, wir haben doch hier, oder? Wie kann ich den Anführer wechseln? Hier, dich hier. Schneiden. Können sie diese Gebietsaktion nicht. Ach so. Okay, schade. Okay. Dann. Dann können wir trotzdem mal mit Zorro ein bisschen spielen. Und. Drei Schwerter-Stil. Oh Gott, ich liebe Zorro. Zorro ist so cool mit seinen Schwertern. Wirklich. Oh, Geld, 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 Geld. Okay, den haben wir noch. Ne, die Kiste können wir nicht kaputt machen. Oh, die Stadt ist aber sehr, sehr groß verwinkelt, ne? Oh, doch nicht. Rechts ist dieser Kiste. Dann gehen wir da erstmal hin. Äh. Okay. Einfach Holzböcke. Gegen wen kennst du die denn? Ach so. Ach, das sind Gegner. Okay. Okay. Hast du eigentlich auch was, wenn man so? Ah. Okay. Und. Ne. Okay. Zumindest kann ich also. Und wenn ich es so schnell mache, dann geht das gleich so. Okay. 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 Ich weiß, ich sag so viel okay, aber. Es ist halt alles okay, Leute. Muss ich rechts oder links? Ich geh mal links her. Das ist eine Sackgasse. Hallo, Gegner. Wo seid ihr? Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Stimmt mit irgendeinem Wort. Ne. Mit einer Goldmünze. Okay. Dann zurück. Hier geht es nicht weiter. Wohin ging es denn nach links? Links war auch eine, rechts war auch eine Sackgasse. Okay. Gehen wir da mal eben hin. Gucken wir uns die Sackgasse an. Äh. Wo war denn das? Ne. Da geht es zurück. Hier rechts. Achso. Hier waren einfach nur Kisten. Okay. Super. Dann wollen wir jetzt mal. Los. Los gehen. Und Crocodile besiegeln. Oh geil. Das ist ja geil. Das ist ja wie Fernkampf hier. So. Weg mit dir. Perfekt. Sehr gut gemacht Leute. Lasst mich mal hier durch. Da scheint der Palast zu sein. Achso. Da war eh eine Sackgasse gewesen. Okay. Dann. Zerkrokodile. Bist du hier? Ne. Bist du nicht. Okay. Gib alle angezeigten Befehle ein. Um einen Breakansturm zu starten. Oh cool. Okay. Also als erstes. Mache ich hier erstmal hier so mein Ding hier. Bisschen. Dann mache ich das hier. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und danach. Oh Gott. Der hat mich getroffen. Bam. Und jetzt. Und jetzt kann ich alle besiegen oder was? Ja. Shell. Weg. Weg mit dir. Und danach geht es von neu los. Okay. Okay. Habe ich soweit verstanden. Bam. Und weg mit dir. Oh Gott. Schutz. So. Weg. Weg mit euch. Ihr alten. Weibern. Bam. Und bam. Ich mache das auch schon nochmal. Sag mir so. Ja komm. Kommt. Es verschwindet endlich. Sehr gut. Einmal so. Schutz. Wer braucht denn bitte Schutz hier? Ich weiß es nicht. Bam. Oh. Konter. So. So. Komm. Du bist auch weg. Nice. Bist du weg? Komm. Habe ich jetzt so oft getroffen? Gut. Nur noch ihr. Ihr Hampelmänner. Aber ich glaube das war es jetzt eh. Weg mit dir. So. Ist da noch jemand? Tatsächlich ist da noch jemand. so. Jetzt aber. Super. Super. Super gemacht hier. Äh. Wir kamen glaube ich von da. Ist denn da hinten überhaupt noch was? Ne. Da ist nichts. Also hier geht es schon ein Palast hoch. Denke ich. Dann gehen wir mal eben nach links. Oder? Ja. Gehen wir mal eben nach links. Hier halten wir noch paar Dinger. Super. Schneiden haben wir nicht. Noch nicht. Oder? Haben wir schon schneiden? Ich weiß es nicht. Status. Ja hier. Befehle. Ne. 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 Okay. Schneiden müssen wir irgendwann noch erlernen. Oder? Ich. Bin. Bisschen blöd. Das kann es auch sein. Boah. Wir laufen aber schnell hier hoch. Und da wartet er schon. Ich hoffe du hast genug Wasser mitgebracht. Strohhut. Ich brauche kein Wasser. Um jemanden in die Schranken zu weisen. Krokodil. Also gut. Höchste Zeit für eine Revanche. Strohhut. Piraten. Oh oh. Ah. Schutz. Schutz. Okay. Ich könnte natürlich auch mit. Ah. Also so. Russer Fernkampf ist das gar nicht. Er geht auf mich. Aber ich könnte eigentlich gleich mal hier. Und zwar das hier einsetzen. Bam. Das hat gesessen. Hat auf jeden Fall gesessen. Oh. Okay. Ich mache Schutz. Und ich mache nochmal das hier. Bam. Geil. Das war echt cool. Ah. Geil. Geiler Tornado. Er geht doch eh nur auf mich. Oder? Ja. Tatsächlich ja. 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 Okay. Okay. Ich bin eigentlich. Achso. Er ist da oben. Okay. Was kommt jetzt? Okay. 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 Irgendwas kommt da jetzt. Ah. Ich kann immer noch herumlaufen. Äh. Okay. Okay. Das hätte ich über. Oh Gott. Der hat ja alles. Der hat ja alles vernichtet. Achso. Er ist down. Er ist down. Oh Gott. Ich habe nie aufgepasst. Sorry. Schutz. Schutz. Und. Und. Bam. Für wen hältst du das? Äh. Hallo. Ich habe da Schutz eingehen. Hallo. Schutz. Da. Oh. Schutz. 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 Super. Er geht da hinten hin. Holter ist wieder hoch oder was? Keine Ahnung. Ich sehe gerade nichts. Ich sehe gerade gar nichts. Die Kamera ist so. Komisch. Äh. Da müssen wir gleich Schutz machen. Schutz. So. Äh. Ja. Da müssen wir auch wieder schützen. Also ich brauche hier. Y. Z. X. X. Scheiße. Schade. X. Habe ich? Ne. Ich weiß nicht. Habe ich nicht. Doch. Habe ich. Super. X. Und. Ah. Oh. Schutz. 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 Und. Ne. Können wir noch nicht machen. Oh Gott. Schutz. Schutz war zu früh. Und. Oh Gott. Er ist zu weit weg. Glaube ich. Ja. Er ist zu weit weg gewesen. Äh. Schutz. Aber er ist gleich auch down. Das ist sehr gut. Okay. Er macht wieder seine. Wir gehen mal wieder nach links. Komm mal hier. Mehr nach links. Danke. Und da kommt er wieder. Oh oh. Oh nein. Er ist down. Dann nehmen wir Ruffy. Und. Peng. Nice. Ausweisen. Und nochmal. Peng. Oh. Es war daneben. Ich fass es nicht. Ich hab. Oh Gott. Ich bin nicht ausgewichen. Oder was? Ausweisen. Ausweisen. Oh Gott. Junge. Junge. Der ist aber knallhart hier. Und los. Komm. Nice. Den haben wir. Wo sind sie? Spuck es aus. Seit dem Tod des alten Mannes. war jeder Kampf. Jeder Kampf. Jeder Kampf. Trockener. Trockener. Als der letzte. Er verschwindet. Im Sand. Episode 2. Abgeschlossen. Ja geil. Haben wir wieder viel geschafft. Haben zwei Leute gerettet. Nice. Und. Ja. Das war es dann. Für heute. Wir sehen uns. Morgen wieder. Ne. Übermorgen wieder. Bis dann. Euer Kamito. Haut rein. Rechts ist das neueste Video. Und links. Die Playlist. Ne. Anders herum. Hohoho. Lustig. Lustig. Tralalala. Bald ist Nikolausabendzeit. Ja. Geil. Ne. Bis dann. Euer Kamito. Haut rein. Und. Ciao. 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 Ciao.